... ... ... ... Wer ist ein Droh, wer ist ein Droh, wer ist ein Droh, wer ist ein Droh? Warum gehst du hin? Du hast doch gesagt, dass du nimmer das Telefon tust, dass du eine Minute da rein, wie früher. Schau mal, was das für einen schönen Platz hat. Schau mal. Oh mein Gott. Ist aber schön warm, gell? Muss man dran halten. Ja, es ist warm und jeder mag mal Handy sein. Aber das hast du ja früher auch schon gemacht, gell? Ja. Aber jetzt telefonierst du fleißig mit jemand anderem. Wer ist denn das so? Ist der nett? Niemals ein Entswertes. Du hast einmal gesagt zu mir, das war für immer und ich war so toll. Wenn du anrufst, dann habe ich einen besonderen Vibrationsalarm und dann wirst du gleich, aha, bis der Ali kann. Genau, und deswegen sage ich, ruf ich eigentlich fast immer bei dir nur an. Weil ich weiß, da wackelt es an der richtigen Stelle. Nie rufst du an. Nie rufst du an. Du hast doch bei einem Unterbeziehung. Wie die Männer immer so sind, ja, sie rufen nie an. Und du nicht meine Hand berühren, das mag ich nicht. Entschuldige. Nein, das mag ich nicht. Ja, es tut mir leid. Es wäre was anderes, wenn ich dein Handy rausgehebe. Die Männer rufen schon an. Nein. Es red doch du nicht mit. Ist er das? Ist er das? Ist er das? Nee, weil ich gehört habe, beim Vorbeigehen, dass die Männer nie anrufen. Und das stimmt nicht. Ja, die richtigen. Es gibt, hast du sie schon einmal da angerufen? Nee, habe ich nicht. Also ich habe dich jetzt nicht angerufen, okay, ich kenne dich auch gar nicht. Aber es gibt Männer, die... Aber das kann ja nur werden, oder? Hallo, mein Name ist Kai Pflaume. Wir haben euch beide ausgesucht, jetzt einfach mal die nächste Viertelstunde miteinander zu verbringen. Speeddating. Mach mal, oder? Nein. Haben wir schon hinter uns. Du bist so zickig wie damals. Nein, haben wir schon hinter uns. Sind du Kai Pflaume oder habe ich zu viel getrunken? Ich gebe Kai Pflaume. Ich bin Kai Pflaume. Mein Gott. Also Entschuldigung. Also bitte. Es ist Margot Hellwig neben mir. Du hast zu viel getrunken, mein Lieber. Ja, so ist das. Margot Hellwig. Ja. Die Dame ist wer? Margot Hellwig. Und ich bin Kai Pflaume. Schon traurig, oder? Kein Wiedererkennungswert heutzutage. Aus ist. Wünschen noch einen schönen Abend. Ja. Okay. Bist du befürchten. Viertelst geil. Wir wünschen was. Und ich hoffe, dass ich hier... Mehr Wiedererkennungswert. Ich hoffe, ich hoffe wirklich... Mehr Wiedererkennungswert. Ganz kurz. Der Wiedererkennungswert ist wichtig. Genau. Und ich hoffe, dass sich irgendjemand euch noch einmal anguckt. Bestimmt. Das ist schön vibriert hier. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Er geht jetzt. Du bleibst einsam, weil ich ja nicht mehr angucke. Ich bin nicht so einsam, nur weil mein Handy nicht vibriert. Also hallo? Okay. Schau mich doch an. Also wenn es vibriert, weißt du wie es ist. Ja, bitte. Okay, tschüss. Ich bin nicht so einsam, aber ich bin nicht so einsam.